um und das immer schon wieder ist die gar weiter und letztes aufgehört haben also nicht wunder wenn ihr das noch nicht gesehen habt schaut die letzten Folgen an gefälligst dies ist hier muss sie rein mal gucken ob geht hier ist es hier also das funktioniert hier kommt die ist raus hier geht die ist rein hier fehlt links und das flitzt einfach hier immer so schön rüber 9 speziell und gleichzeitig habe ja viel geboten muss ich gucken wie stellen wir die hat er das freundlich das war auch nicht ein wenig so dass dort stellen wir ja plane point pass rate schlechte das ist auch schlecht in schlägt werden das ist auch schlecht also kurz gesagt wir haben keine möglichkeit dort herzustellen da bin ich ja fast begeistert dann muss ich mir was anderes überlegen können wir ein paar natürlich ich hoffe dass das jetzt klappen wird und zwar Tja wie macht man das ein bisschen hier kommt zum Beispiel rein kann man den drehen und dann kommt hier unten ein irgendwie wenn ich hier zurechtkomme du musst weg hier auch mal kurz rein hier so und da unten auch so ein Translocator drauf so und der sollte eigentlich den Dörd rausziehen macht er nicht das heißt für uns das ist doof liegt das jetzt daran weil er dort nicht rausziehen können oder weil er es nicht reinpacken kann das werden wir jetzt rausfinden das heißt wir stellen ihn mal hier vorne hin dann geht es dort rein und hier hinten in weiter macht er auch nicht weil dort unten rein gehört und unten heißt von unten befüllen oder wie heißt das oder von unten befüllen das sind die Sachen die man da mal rausfinden muss und mal so bestießen du jetzt komplett verkehrt hier und ich hier mal so 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 auch nicht ja dann kann ich dir aber auch nicht helfen freund wer ist das eigentlich wenn du nicht befindbar bist da runter ja kaum von unten kann ich dich nicht befüllen weil du kriegst von unten Wasser außer ich sag von der Seite kriegst du Wasser oder was anders ist wenn ich mal hier versuche die Frage die Frage ist natürlich jetzt auch von Beryl wo kann ich rausziehen die Frage wäre natürlich am gescheitsten zuerst lösen aber ok es ist no waste no fun sag ich mal auch nicht dann versuchen wir mal was anders zwar nehme ich eine Kiste und versuche mal auf der Seite wir von Beryl überhaupt rausziehen können ob das überhaupt klappt das ist natürlich die nächste Frage so 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 genau seht ihr es nicht mehr das geht hier vielleicht muss man von Beryl ja unten rausziehen was natürlich ja schwachsinn wäre aber kann ja sein ähm so 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 und hier so genau von unten bin das rausziehen ich würde es dann auch hier reinpacken so 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 ah jetzt geht's also auf einer seite ist im doktor das heißt er kann es hier nicht dazu packen oder wie sehe ich das noch mal testen also von der unterseite hat er genommen das ist schon mal gut seit sie sind nicht auf dem falschen Weg ach jetzt geht es heute vorhin ging es nicht oder das habt ihr gesehen dass es nicht ging jetzt auf einmal geht es nein egal ob es geht das ist das wichtigste was wir hier natürlich das Problem haben was ist wenn ich hier oben okay das merkt dass ich das also nie hat nur noch nicht genug ob er sich das merkt in welches Lot er die Erde reinpackt er merkt sich das und jetzt werden noch eins wie könnte man das noch regeln Prozent der braucht hier auch zu und zwar brucht ihr die gebrochen der Porto auf zwei Päuer ist nicht die hier einstelle wird die ziemlich knappe Baustelle ob bei einer ja eigentlich könnte ich ja schwierig schwierig hier das ist gut gelöst zack alles da rein und du musstest dann hier weg wieder hin wieder hin ähm du hier weg so das passt ja hier da mhm wie ist und unten dörd oder wie ist das achso nee nicht dörd dörd da kommt ja das andere rein wie heißt das ähm dörd kommt ja hier rein so ähm 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 mhm oakleaves die wir ja schon von unseren Blender haben die kommen unten rein so mal gucken die Musik ist auch ziemlich besser bisschen was anderes wir haben ja hier unseren Harvester gehabt da also ja das sollte dann erstmal eh eine Zeit lang genügen das kann man ja dann immer wieder nachfüllen deswegen auch den Parallel hier so mhm mhm und der will hier nicht rein weil hier hieß es hergestellt wird das heißt lever an zack erkennt er dass er das andere herstellen soll und dann funktioniert es wieder mhm das heißt wir müssten hier ein Scheiter noch irgendwo zum laufen kriegen ich weiß auch nicht ob der jetzt er passt er passt er hat das wohl nicht deaktiviert hier so was können wir hier noch dazu hauen und hier muss das gleiche zwei Barrels ja das geht sich da schon mal nicht aus Barrel muss von unten entleert werden zweimal können wir nicht von unten entleeren und aber hier zwei Sachen ja und wird 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 mhm wie machen wir das am besten gibt es da gibt es ja verschiedene Barrels ähm Sticky Kreativ Kompass ne Jusessic touch X aha was willst du von mir opening large sticky hopp das hört sich ja gut an so das heißt ein Stück normaler Barrel baum muss da jetzt so und 1 2 mal und dann hopp 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 da äh heisenblatt 1 2 3 4 5 6 8 9 10 20 25 30 40 hopping large die Large war nicht ich glaube hopping müsste passen oder äh also ich brauche erst der hopp fehlt noch als Kiste und auch noch eine Kiste besser dann du weg weg damit ihr mal testen ob das so geht da kommt die Erde rein wenn ich den da jetzt drauf stellst so mit erdebefüll ja 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 der hopp 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 mit mir ja aber das soll uns nicht stören wichtig ist dass wir hier alles haben und den nächsten hopper da kommt ähm noch was rein das ist eh dann der hier könnten wir theoretisch mhm den da hin machen kommt hier Zuckerrohr rein beziehungsweise Zucker da wird mal zurecht drehen dass wir alles sehen und da wird eigentlich stinknormaler hopper auch rein zum rausziehen hier haben wir drei deswegen geht es nicht der hopper ist auf der Scheiße da haben wir mindestens drei Stacks Verschwendung ne 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 da bauen wir uns diese hier Translocator dafür sind sie ja da einmal Piston einmal Eisen Iro Irokesen so so kriegen wir wieder zwei raus bauen wir eh nur einen aber egal so du wieder hier wird hier runter gebuddelt da hat es passt so wieder und zack hier eingeschaltet füllt sich 64 erpasst so alles wird schön nachgefüllt hier wunderbar gefällt mir sehr gut ums Render hier schaut ein bisschen komisch aus weil alles in der Luft hängt aber egal Du kommst hier dann weg, das Ethanol kommt dann woanders hin und hier... Ähm, ne? Das wird mal ein bisschen anders machen. Hier würde ich gerne ein bisschen... Komme ich da zu Scheitern ran? Doch, nein. Ah doch. So, hier wird nichts mehr nachproduziert, das ist logisch. Hier würde ich gerne ein bisschen eine Mauer machen und da weiß ich auch schon wie... Das Block nennt sich der Mod. Brrrr, wo sie mal nach... Da, die würde... Die üblich haben. Ah. Fünf, das heißt, es ist für ein Stickes. So, zack, zack, zack. Vier sollten genügen, genau. Und wir nehmen hier Marvel am besten. Marble haben wir da noch. Pfff. Wir brauchst... Sagen wir eine Zahl und du bekommst es. Hier so und hier... Genauso wie wir das vorgestellt. Zack, zack. Und da dann... Jetzt wieder weiter gucken. Wir müssen hier wieder ein Output haben. Äh... Und der sollte, wenn möglich, wieder auf das Förderband kommen. Ja, das schaut schon noch was aus. Vielleicht, dass wir hier hinten auch noch ein Marvel reinsetzen und... Ich weiß jetzt gar nicht, ob das klappt, aber... Hier Marvel und die Scheiter hier. Da haben die dritten Strom, wo kriegen die den Strom her. Nee. Wir haben keinen Strom. Ja, so klappt das auch. Jetzt haben sie wieder... Ja. Dann können wir hier auch Marvel setzen nennen. Ähm... Ja, hier... Wie machen wir das hier? Der Kack hier braucht unbedingt... ein Scheiter, ein Retzensignal. Wie kriegt der das am besten? Ich hätte schon eine Idee, wie wir das machen, aber... Mh... Möchte ich nicht unbedingt jetzt machen. So. Mh... 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 Wartet mal... Mh... Mh... Gut, wir haben ja noch einen Item Ejector. Den wir jetzt so platzieren, dass er... nach unten... auswirft. Dann können wir hier unten nämlich... Jetzt müsste er eigentlich nach unten zeigen. Nein. Kann er überhaupt nach unten zeigen. Nee, ich kann er nicht. Arschgesicht. 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 Mh... Nach hinten könnte man zeigen lassen. Ja, aber da braucht's wieder Retzensignal, gell? Das braucht der ja auch dann noch. Eine Clock. Aber die können wir von unten ansteuern. Das wäre kein Thema. Ja, das können wir machen. Dann haut er die Items hier rein. Und die fahren sowieso dann runter, weil woanders die können wir jetzt ja nicht. Dann müssen wir hier unten nur noch gucken, wo wir aufs Förderband kommen. Wenn wir hier hinten lang fahren. Mh... Mh... Ja... Mh... Da. Und dann hier dazu im Kuchen. Ne, nix. Einfach so. So. Da kommen wir dann eh hier hin. Genau. So, aber ich würde sagen, wir machen hier mal Pause und machen der nächste Folge weiter, damit die Folgen nicht zu lang werden. Dann müssen wir es einfach mit den Rändern und hochladen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns an dieser Stelle im nächsten Video. So, machen wir da weiter und macht's gut.